Die Spanakstelle, wir haben die Staatsmeisterin 2. Sprag, bis 70 Kilogramm. Die Spanakstelle, wir haben die Spanakstelle, bis 70 Kilogramm. Die Spanakstelle, wir haben die Spanakstelle. Die Spanakstelle, wir haben die Spanakstelle, die sie daran führen können. Die Spanakstelle, wir haben die Spanakstelle mit den Spanakstelle. Sieg nicht, ich weiß 8,7 kg. Aber je andere die Moral, ich bin der Schuhe aus, ich hab nur 40. Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! 3 3 4 3 5 6 8 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1,2,4,5,5,5,5. 1,3,5,5,5,5,5,5,5. 1,3,6,5,6,7,6,7,7,7,7,9,7,9,9,1,0. 1,4,5,5,5,6,7,10,1. 1,4,5,5,7,11,1. Das war's für heute. Rippo! 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 Rippo für! Gerhard Hölster! Schnellkämpfer! Schwarzmeister bis 66 Kilogramm! Der neue Schwarzmeister bis 66 Kilogramm heißt Georg Räder URZ WKWP! Ich bin mit allen guten Überlegungen vom Bürgermeister der Stadt Wienkaffee Magister Kurt Maciek. Überlegend feignet er sich das an der Stadt in der Stadt. G hypocritisch! Rippo! 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 UJZ Eichner Mühlviertel bis 73 Kilogramm Der dritte Platz geht an Hofer Ernst Zweiter Platz am Vizestatsmeisterin UJZ Eichner Mühlviertel und der Staatsmeister bis 73 Kilogramm Peter Schaginer UJZ Eichner Mühlviertel Dauer Dauer Vizestatmeisterin 70 Kilogramm Vizestatmeisterin Dankeschön Wissz Eichner Mühlviertel Wissz Eichner Mühlviertel Dauer 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay.